Ich glaube, es ist auch relativ entspannt. Oh nee, wenn das relativ entspannt ist, möchte ich sie nicht unentspannt erleben. So, nächste Anlage. Willkommen von Shopping Queen. Ja, ich brauche eine sommerliche Kopfbedeckung. Leute, jetzt frage ich mal was. Und dann, als der Wettbewerb geht, Knollsea. They can say what they want now. Cause we'll be screaming now. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swing like Ollie, lacking our bodies. Standing on top like a champion. Ja, am Ende müssen wir die Flasche natürlich wegwerfen, und zwar in den Plastikmüll. Und so Leute, auch beim Haseln machen. Ach, die Tür geschützt.